was geht aber ganz schön herzlich willkommen zurück zu einer folge speedrunners mit christian jay und brahmen hallo und natürlich dem hd ja der ist auch dabei scheiße kein item gekriegt wie macht der bram das immer dass er nicht so dumm die ecke slidet mit auch irgendein trick für das hat er uns noch nicht verraten ach ich war doch so weit weg davon oder war nicht gut diese bomben sind so mies ja komm war ja ein tricks mir am arsch war ganz echt gut aus ich glaube da ist christians map glaubt das war ein bisschen gegen kopf aber die schießt doch ja jetzt jetzt packen die dinger wieder so mega rum gerade ist auch mega spannend vor allen dingen habe ich meinen hook abgeschossen da kam ja bullshit war das alter bram ach du springst ja oben gegen die kante stimmt aber bram erst mal ganz hinten katapultiert so muss fuck dich und tolle schlägerzitten aber angst hä oh oh boah die jetzt sieht nicht gut aus für uns so findest du den gerade da durchgerusht ach ey mein hook geht da so go so oh shit oh 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 nein ich bin doch dabei und tschüss nein ach komm so was fieses oh das war jetzt aber assi hier oh das war jetzt aber assi hier oh das war jetzt aber assi hier oh gib Kette ich bin grad letzter geht ja gar nicht was soll das oh jedes mal spring ich dagegen was Jawoll, da hätt die Bumme nicht mal gehofft, ne, nicht mal, stimmt, ja, pfff, hau rein da, die Charme, ach man, das ist doch scheiße, oh shit, nicht gut, oh das war gut, ah, shit, du hast in die Box gelaufen, oh, ne, das kann ich machen, oh, nice, oh, shit, oh, shit, was ist das, was habe ich getan, ne, 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 so nicht, oh, das sieht nicht gut aus, oh, da komm ich nehme jetzt mal das hier jetzt weißt du springen wenn er das run war für uns ich bei jetzt die kehrt hier im lade screen zu okay muss dann noch mal springen das ist ja da oben lang gekommen das natürlich nicht sogar die fast aus wie der zoo vom let's play von hier man sucht ja was so geil so tycoon also dass das damals auf dem pc das aber xbox war scheiße obram das weiß aber nicht so premium ach ja kommen ganz ehrlich genau heilige scheiße wieder braun dass ich durch wie so ein affe kann der braun auch ganz gut da wie so ein affe da rumgurken da fickte ich habe gedutscht ganz ehrlich ohne spaß jetzt bin ich in die kisten gelaufen oder kommt angeflogen ach komm das blende der die auf meinen kopf ach fickt euch doch alle nice oh shit oh shit oh gott ach moin nein nein oh was mache ich wo bin ich denn hier jetzt oh ja komm fuck da hält der mich mit dieser scheiße dann auf da 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 immer nur ich ich kriege immer nur münzen ganz ehrlich das spiel stinkt fuck you dich nehme ich mit du hast mich tot gerissen ja nein 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 ich war schneller als die scheiß rakete oh fuck oh wow oh fuck das war ja mega fail fuck you ne aua 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 boah boah brand du sau boah ja genau ja die kugel guckte noch gar nicht drei stunden war ja eben die hast du nicht gesehen ich habe den gesehen aber ich bin da oben gegen gesprungen was ist denn das man läuft da oben lang das ist viel schwerer aber das hirn hat sich einfach geweigert darauf zu reagieren fick dich einfach christian mit deinen scheiß dingern da ach komm schon ach komm schon nice dodge chris oh gooooot oh mama ja ich kann nicht ja ich kann nicht wuhu komm schon ich bin da dabei die rakete oh shit die rakete des grauens ja natürlich doch ach komm oh oh cool funktioniert ja wirklich oder auch oh cool wow was ist das für eine scheiß ey toll no time to explain ok ok ja wunderbar ja natürlich achso da war ja oben so ein ding ja oh shit da war ja noch so ein ding ich hasse solche maps wo müssen wir denn wuuu ja pilot oh shit den habe ich nicht gesehen oh oh ne da geht es tatsächlich nach unten oh gott was ist das für eine scheiß stelle was was man kann es probieren hä ey was hat mich erwischt ach du Ficker oh nein oh shit das war's ok das war die erste runde ok halt noch du und ich oh oh scheiße ihr mongos ey NEIN nein das ist auch noch so ein ding alter die ruft wieder die ganze map ab ey ja boah wie bringt der nichts ne ich weiß komm Hadi jetzt verkackt doch endlich mal nein achso ne moment oh Hadi wo ist das oh Hadi macht safe ja verdammte kacke alter oh können die mal endlich sterben boah leck mich doch am arsch was für ne kack dauert nicht mehr lange ne der dauert auch nicht mehr lang ich glaube Hadi gewinnt das sogar noch oh 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 NEIN wir machen jetzt beide male nicht den fehler ey what the fuck krasser scheiß du umließe kleine bitch kann sich kaum auspicken jawoll wow Adi war aber voll geil wa fand ich auch war awesome wieder ne muddi mouth wow szkoi wow 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 okay hello wat 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 was wat wat was wat 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 ada das für ne scheiße Weiß ich nicht. Ey, das ist voll der Geheimgang da vorne. Aha. Ach komm, ganz ehrlich. Wo ist denn mein Hook jetzt hin? Verkacktes Drecks-Bug-Spiel, ey. Ah, kein Problem. Jetzt hab ich mir selber die Kiste in den Weg gerichtet. Er räumt immer frei, das ist gut. Lol. Kann ich nicht wahr sein, was hier abgeht, ey. Ja. Oh, oh. What? Wofür das denn? Nee, nee, nee! Haha, suicide! Das war dein eigener Kick. Noi. Das war zu früh. Was? Nein, nein! Wartet! Scheiße, Mann. Boah, ich bin so schlecht. Kack, Mäb. Nein, 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 nein. Ach komm. Oh. Oh, oh. Also durch so eine Kiste zu reißen. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, lauf da! Nein! Nein! Komm schon! Jawohl! Jawohl! Man kann auch da oben lang, aber ich weiß nicht, was das bringt. Ach so, ja, doch, Jay, du kommst, ähm. Ja, ich weiß noch nicht. Wenn du den hochbenutzt bekommst, kommst du da oben wieder aus. Ja, ja. Du musst nur gucken, dass du da hochkommst. Checkst du halt nicht. Ja, gegen die habe ich doch null Schnitte da, die ja schon tausend. Ja, da fick dich doch sowas von. Du miese, kleine Bitch. Nein! Komm, Adi, mach es. Nein, Bram, nee, nee. Gib kein zu null Spiel. Komm, lass den Bram so scheiße sein wie ich. Ich muss noch ein Pünktchen haben. Ich muss noch ein Pünktchen haben. Ja, ich krieg der noch einen! Nein! Ja! Nein! Da habe ich es verkackt! Oh, leider wusste ich die Richtung nicht mehr. Oh, Leute, das war jetzt, das war scheiße. Oh, fuck. Ah! Ja, den letzten Punkt. Den letzten beißen, die Hunde. Nein! Ach ja, fuck you all! Den Punkt holst du nicht, Hadi. Doch, doch. Oh, da kommt man angeschossen! Was, ich habe doch einen Bram getroffen! Nein! Was war das denn? Ach, der Lese. Ja, kein Problem. Bin noch da. Heiße! Bin noch da. Bin noch da. Nein! Jetzt nicht mehr. So. Mein Hub ist weg. Na, das war's. Oder? Ja, nee, noch nicht. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Alter, immer noch nicht. Krass, Alter. Krass, Alter. Kette gerade. Ja, viel Schnauze halten. Boah, wie er drankommt! Boah, guck mal, Alter! Alter, Christian, krieg ich mal abgab. Ja, nein! Nein! Scheiße! Lol! Okay. Okay. Boah, alter Christian, der hängt ja immer noch recht am Arsch, ey. Nein! Das war's! Die ist aber meine Tür nicht auf. Nicht Hadi den gleichen Weg hier nehmen. Was denn? Hast du genau den gleichen Weg? Warum bin ich denn jetzt letzter? Oh, nein, 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 oh, dieser schwulen Stacheln, ey. Kackt doch die Wand an. So, so, fuck! Och, nö, der Bram darf nicht gewinnen. Nein! Ja, unter drei Stringer am Stück der. Scheiß-Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, der ganz schnell, die bis zum nächsten Mal treiben.